Aufnahme Jo, ich weiß nicht, wie viel Platz ich noch habe auf der Kamera Ich bin ja gerade in der alten Feuer von Böselager Kaserne in Munster Wollen wir mal ein bisschen rumfahren, noch mal ein bisschen gucken Jetzt war dieses alte Schleppdächer Hier war ich von 1986 stationiert Von 1. April bis Ende Juni, 30. Juni Hier haben die Panzer untergestanden Panzeraufklärungslehrbataillon Munsterlager Wir haben eine Grundausbildung gemacht Lange, lange ist her, alle sind schon verfallen hier Private, zivile Firmen drin, aber die kümmern sich ja scheinbar auch um nichts richtig Ups, ich glaube da ist der LKW durchgekommen Warum auch nicht Da sind Mieterlänger Tja, das denn hier Tja, so kann das alles runtergewirtschaftet werden, alles kaputt, alles Schrott Das sind meine Kiste, das ist alles kaputt ... ... Untertitelung des ZDF, 2020